So, heute nehmen wir euch mit auf die Blockline im Erzgebirge. Mal sehen, was uns dort erwartet. Let's go! Was wird kommen, wohin wird unser Weg gehen? Einst waren es Träume, nur Wünsche und irgendwann war es das Leben. Es war nie leicht, nie einfach und einfach wird es niemals sein. Für seine Träume zu leben, nach dem Glück zu streben, heißt alles zu geben. Tausend Meilen durch tausend Worte, Millionen Menschen gesungen Worte. Tausend Akkorde für tausend Seelen, sind und bleiben für uns das Leben. Scherben und Lärm zwischen Weisheit und stolzen Geschichten. Hat einer Wur, die sich trägt, entzwischen Klängen und ihren Gedichten. Es war ein Geben und ein Nehmen, zwischentragen und auch oft mal getragen werden. Nichts davon möchte ich ändern, nichts davon möchte ich müssen. Nichts davon je vergessen. Es war ein Geben und 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 ein Geben. Es war eine Freizeit-Runde. Sind und bleiben für uns das Leben Tausend Meilen durch tausend Worte Millionen Menschen, Millionen Worte Tausend Akkorde für tausend Seelen Sind und bleiben unser Leben Die Steine sind so und die Schritzer Wie das Wasser, das unaufhaltsam weiter fließe Wie ein Stern für den es niemals einen Stillstand gibt Geht es für uns Tausend Meilen durch tausend Worte Millionen Menschen, bis auf dem Worte Tausend Akkorde für tausend Seelen Sind und bleiben für uns das Leben Tausend Meilen durch tausend Worte Millionen Menschen, bis auf dem Worte Tausend Akkorde für tausend Seelen Sind und bleiben unser Leben Und wir leben unsere Leben Aus vraiment Untertitelung des ZDF, 2020